Am 11.09.2023 gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Randalierer zum Wächter von Suttnerplatz alarmiert. Dieser ist jedoch vor Eintreffen in eine Bahn geschrieben. Am 11.09 Uhr Natürlich würde ich mich darüber freuen wenn ihr meinen Kanal abonniert falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut